Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit dem Kryan. Guten Tag. Mit der Chrisukia. Hallo. Mit dem Blankwolf. Ich bin... verdammt nicht Mafia. Ich auch nicht. Mit dem Hekepito. Guten Tag. Und dem Gag. Moin moin. Ich stelle mal fest, das ist wahrscheinlich so, wenn man Mafia-Scrolls benutzt, wird man nicht Mafia, also sollte man Town-Scrolls benutzen und alles außer Town werden. Ich bin tatsächlich Mafia geworden, aber keine meiner Scrolls. Toll. Okay. Das ist gemacht. Mal gucken, was heute noch passiert. Ich werde von den Mafia umgebracht. Und vom SK. Und vom Werwolf. Und vom Vigilanti. Und vom Veteran. Bist du Disclaimer? Verrat doch nicht, wen du umbringen willst. Vielleicht bin ich ja Doktor und kann ihn heilen. Als ob der Heke echt dir jetzt gesagt hätte, wenn die Mafia attackiert. Wenn jetzt Disclaimer stirbt, dann Heke. Wahrscheinlich ist Disclaimer einfach selbst ein Mafioso oder wenn nur, dass er gehielt wird. Naja, irgendwann lebe ich noch. Er hat seine Rolle auf jeden Fall gemocht. Naja, wenigstens hat er nicht einfach gelieft. Das ist wahr. Er lieft jetzt. Oh, Alex, bist du das? Was? Ich hab's auch gerade gedacht. Was denn? Der, äh, Yuan. Wegen dem Tee? Wegen dem Tee? Go worry, dude. Good Muffin, Mewkin, Evil Muffin. Ich hab's gewusst. Ja, aber guck mal, einer ist ja gut, er muss den Bösen wählen. Es gab nicht mal einen Escape Kill. Wie kommen die denn bitte drauf, dass einer Escape ist? Was ist los mit dem? Keine Ahnung. Alles wird wild gewählt, es ist saugut, wie rechts diese ganzen Dinger raushauen. Wenn der Bösen ist, ist mit derですか? axel東 kommt, was heißt das? Ja, sicher. Ich hab is in meinem Bösenстве. Und der ist's glaube ich. Und der ist die Frage sagen. He头 flared, aber in der caisили". Und der ist die Frage, vielleicht bis zum Beispiel für gehts. langweilig dann tun sie was ich boah in der nase zählt das schwierig oder henry ist tot und der ist auch noch am essen ich sollte einfach aufstehen und mir eine pizza in den ofen werfen turtles the bodyguard nein wirklich oh mein gott noch ein medium das ist lustiger ist das ist der krisuk jammer passiert es hat ja keiner geglaubt was in der kino drin stand verstanden drinnen turtles Bild ist rumgewohrter. Ja, aber es konzentriert sich schon auf zwei. Auf den angeblich bösen Turtle und auf den auf jeden Fall bösen Muffin Man. Eins wie in the Turtles. Ja, aber Jared kriegt auch noch seine Wahl. Oh, ich bitte eh noch auf Turtles. Das Beste, was natürlich ihm passieren kann, ist jetzt wirklich einfach ein Jester. Das wäre so gut. Das heißt, für mich, wenn er Jester als Mafia hat, ein Konzegiere schreibt das mit Absicht rein, um den Jester zu töten. Das wäre cool, das wäre ein richtig geiler Muff. Das wäre so gut. Turtles ist... Als Transporter würde ich auf jeden Fall hier den Hit nehmen und mich selbst transportieren. Richtig, würde ich auch tun. Ah, du könntest halt ein Taunier ein bisschen, ne? Da bist du es schon, Kauner Drache. Edward Bishop, wer wählt Innocent von den beiden? Einer. Zwei Schuldigwähler, wirklich. Wenn das jetzt echt Mafia ist, wäre das so lustig. Dann wäre es richtig lustig. Das wäre der Hammer. You're doing it wrong. Mit Ankündigung. Mit Ankündigung. Das ist geil. Also wenn die Mafia echt noch... Wenn die Mafia echt noch ein Konzegiere hat, dann ist das echt geiles Spiel. Gefällt mir. Das hast du schon mal gesagt. Kurz darauf starb einer. Okay. Boring, 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 boring. Jetzt stirbst du. Der halbe Zauntod. Heißt das jetzt der angebliche Aso ignited, oder was? Hoffentlich nicht. Ach, bist du gedaußt? Nö, noch nicht. Aber ist der Aso? Wahrscheinlich. Na, close enough. Ich bin nicht tot, aber ich wurde... Nee, wurde ich nicht. Okay. Oh, zwei Tote. Achso, klar. Jester und Mafia. Close enough. Ah, der Edward Bischer wurde von Jester getötet. Was mich halt echt interessiert ist, hat die Mafia ein Konzegier gehabt und diesen Plan gehabt. Das ist eine gute Frage. Das kann uns ja dann der Heke nachher sagen. Richtig. Weil er ist ja Mafia. Oh, der hätte das doch wissen müssen. Nein. Laut seinem letzten Willen wurde Totele ziemlich nie besucht. Also haben sie keinen Konzegier oder sie haben nicht diesen Plan verfolgt. Das war aber ich halt random. Ja, man hat alles. Und noch ein Jester. Ach, mir war aber klar. Ruhe war aber klar. Ey, erst mal zwei Wildjubbster, zwei Jester. Ach, mir war aber klar. Ah, Turtles wird mich geben. Ja, der feiert wahrscheinlich schon. Ah, jetzt wählen sie den Jared. Ja, mal gucken, ob das halt stimmt, ist die andere Frage. Noch ein Jester. Yeah. Boah, das wäre so krass. Wenn die Mafia echt noch... Warte mal, ganz kurz gucken. Könnte ja theoretisch Jester sein. Nein, kann nicht. Wieso nicht? Ja, er konnte da nicht geframed worden sein. Das meine ich damit. Warum nicht? Laut Spice letzten Willen wurde er nicht besucht. Oh. Das ist daran so schwer, einen Willen aufzumachen. Das Klicken. Ja, für Blankwolf kann das sein. Aber wieso? Er hat ihn doch in dieser Anagutschim in der ersten Nacht, hast recht. Ja. Ich habe nichts gesagt. Natürlich. Bist du eigentlich Mafia? Nein. Bist du das gerade da am Schafott steht? Auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Du bist der Executioner, der jetzt gewinnt deswegen. Richtig. Noch ein Jester wäre so gut. 3, 2... Und It's Me selbst voted innocent, der ihn hochgebracht hat. Was ist da los? Ich dachte nicht, dass ich so weit komme. Wäre wahrscheinlich eine Antwort. Missklick. Ups, Missklick. Er war Konziliere, hat jetzt gemeint, verdammt. Und er ruft seinen eigenen Leute hoch. Ah. Krass. Und Turtles left the game. Dann hat er nicht gewonnen. Was ist los mit dem? Na, er hat halt gewonnen. Oder kriegst du die Punkte nicht? Weil er lief, kriegt er keine Punkte. Oh. Tastatur plässt. Boop. Ja, ich bin tot. Ich auch. Na klar, dass es jetzt endet. Ich bin auch weg. Fuckin' Arso. Hab ich euch drei erwischt? Ja. Anscheinend. Ja, wie geil. Du hast mich natürlich in der ersten Nacht gedaußt. Ich war Meier. Boah, wie cool. Lustige Weise. Ich schreibe es mit dem Desk-Shirt. Jan, du darfst noch nicht wissen. Joa, kein Problem. Das wird er doch eh gleich sehen. Echt, er ist eine Witch. Thanks, Satan. Das Krasse ist, dass dein letzter Wille relativ nah an dem vom Arsonus kommt, mit dem Burn in Hell. Übrigens, eine Sache kann ich... Ja, was soll ich denn jetzt Satan schreiben? Eine Sache kann ich vielleicht hier schon sagen, Krien. Denn wir hatten keinen Konzik. Das war alles nur... Ja, das war mir ja klar aufgrund des Spies Willen. Das war mir klar. Sonst hätte der Spie ja gesehen, dass er besucht wurde. Oh, eine Ried. Oh, na toll. Nein! Edward hatte zugemacht. Ist er wieder da? Ja, er ist wieder da. Och, verdammt. Ich hab einfach mal gedacht... Sekunde, das gab's doch schon mal, dass deswegen einer gehängt wurde. Ach, versuchen wir es mal. Und der Jailer wahrscheinlich. Ist schon kommen. Der Retri hat niemanden wiederbelebt. Doch. In letzter Zeit, oder? Na klar, den Edward Bishop. Oh. So ein schlechter Wett, ey. Das war der Muffin, Mann. Das war der Muffin. Warst du eigentlich der Framer? Oder der Muff... Nee, du warst der Mafioso, gell? Ja. Ich war der Framer. Vorher du übrigens denkst, ich hab dich verraten, ich musste dich opfern, weil du dich nicht gewehrt hast. Da war es einfach, hätte ich da Inno gewoatet, da wäre ich... ...oder tot gewesen. Ja, ja. Du bist sowieso tot. Hat mir nicht geholfen, weil der Ase dann gebrannt hat, ja. Aber ja... Oh, er ist look out. Ich guck ja, weil er so tot gewesen. Ja, natürlich kann er look out sein, mein Gott. Das wäre so krass. Das wäre so krass. Sehr gut. Warte. Dritter Geste wäre auch schön. Nee. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Ja, ich würd' mal sagen, Easy Axe win. Und It's me. Ja, aber It's me war auch eigentlich auch... Der ist kein Axe. Ja, aber... ...der sagte, Good Muffin Man kam als... Aber der hat vorhin den Framer... Der hat zuvor den Framer gefunden. Uff, Baste. Ja, trotzdem, dann muss ich einen Transporter geben. Ich bin verwirrt. Er sagte gerade, dass Good Muffin Man, Mayor, Godfather oder Vampire Hunter ist. Oder die Witch hat was gemacht, statt den Ase zu kontrollieren. Am Ende hat er noch geschrieben. So, Trans? Also langsam müsste man doch wissen, wer der Ase ist, oder? Na, für den Ase wird's teilweise schwer. It's me, wo du gedacht hast. Oh, gedaußt und gewitscht. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wer Krian ist. Du bist echt reizend, Krian. Zeigst ihm, wer der Ase ist. Sind eigentlich alle von uns tot, außer Krian? Ich weiß es nicht. Krisuka, lebst du noch? Nee. Sind wir alle echt tot? Ich lebe noch. Ach, Garg lebt noch. Ich denke mal, dass ich jetzt sterben werde. Also eigentlich kann der Ase jetzt nicht mehr verlieren. Dieser Henry Lawson. Das Ding ist durch. Das hat Witch, also ich und der Ase haben gewonnen. Ja. Anscheinend haben wir gar keinen Jailer, kann das sein. Dafür haben wir bei Medien einen Mayor und einen Retrie und nur zwei Lookouts. Ja, das ist auch eine Zusammenstellung. Verdammend. Ich hatte so ein Pech als Jester. Warum? Weil du getötet wurdest. Weil ich den Framer gefunden habe. Das ist hergeilig. Und recht, Arte. Krass, da hast du wieder Glück gehabt. Warum seid ihr alle so krasser Lacka? Verstehe ich auch nicht. Erst Crean in der letzten Folge ein Band Key nach dem anderen. Framer ist einfach. Framer ist einfach. Du kannst sagen, er wurde geframed. Pech gehabt. Ja, aber halt als Jester den Framer wusste. Ja, ist doch egal. Ich hätte irgendjemand anderen sagen können, er wurde geframed. Das war halt hier Pech. Passiert. Ich habe eigentlich nur einen Jester, der Glück hatte. Der hat das Spiel verlassen. Echt? Turtles hat das Spiel verlassen? Ja? Oh, ist der doof. Der hat doch gewonnen. Gut, dank mir. Danke, vielleicht hat er einen Disconnect oder sowas. Ach, siehst du, ich wusste, wer Crean ist. Der Akto ist jetzt tot, ne? Ja. Gut, also kann ich dir sagen, dass Crean der Peeling ist. Richtig. Jo. Und wer ist Azo? Ein Leitbringer. Der hat der Shop ist, äh, zwei. Ach, herrlich. Ich will Muffin melden. Eine gute Frage. Das Geile ist ja, ich hatte echt vorher Leitbringer, in der Nacht, wo ich gedaußt wurde und von der Hexe verzaubert wurde, ähm, anzuklagen, als Invert, als Azo. Ich hab mir kurz mal überlegt, ob die Town noch mal zu dumm ist und hab mir überlegt, ob ich Leitbringer immun bezeichne. Hätte die es mal gemacht, dann hätte die Townes gewonnen. Wenn es vor dem Mal hättest du nicht verknüpft. Jawoll, gewonnen. Hätte er nicht früher schreiben können, dass das Survivor ist? Ich glaube ja, dass er Jester ist. Noch einer? Ja. Nein. Der Claim, das muss Jester sein. Aber wer, wer hat das? Wer hat denn, Und der Spy steht einfach zum zweiten Mal durch den Jester. War der Evil Muffinman, der mir zugestimmt hat, dass ich den Terrence besucht hätte? Ja. Na, er war Jester. Also der Spy hat einen echt schlechten Tag. Ja, aber der Claim, das war doch klar, wenn nichts kommt, dann ein Survivor Claim mit einem offensichtlichen Witch und einem Azo, die noch leben. Was soll das für so großartig passieren? Aber, Sieg als Witch. Der Spy tut mir so leid. Cian, hast du den Azo auf mich gehetzt? Ich hab den Azo auf... Nein, auf dich nicht. Aber auf mich hat er ihn gehetzt? Ich hab den Azo die ersten vier Nächte kontrolliert, dachte mir zahlmäßig, jetzt killen wäre ganz gut und danach hab ich ihn sein lassen. Hätte er mich gedaußt, hätte ich ihn danach immer benutzt, damit er mich nicht gekneiten kann. Ich konnte es ihm aber nicht zuflüstern, weil der Spy ja da war. Dann hätte er erst gewusst, dass ich die Witch bin. Jo. Dann kann ich mir sagen, dass er dich nicht gedaußt hat. Ja, wenn er das gemacht hätte, hätte er dich ja dauernd benutzt, damit er nicht ignitet. Und wir hätten ihn ja gelünscht, und wir hätten den, äh, er ist mir auch noch gelünscht. Ja. Steht es bei euch eigentlich auch? Normalerweise stand ja, he died from guilt, from lynching the Jester. Ne, from guilty. Ja, aber bei mir steht, he also died. Ah ne, von guilt, richtig. Stimmt, he also died from guilt, over lynching the Jester. Macht aber so keinen Sinn. Richtig. Vermutlich wird es im nächsten Patch behoben. So, ich hoffe, ihr habt Spaß, habt ihr beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, noch einen schönen Abend, und tschüss. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss.